So, das ist von dir, Dennis. Das zweite. It's about the right technique. Autoscrawling. Ich hab schon damit gerechnet. Okay. Was ist da oben? Warum tust du das? Kann man da rein? Belastend. Äh, kann man das nicht langsamer machen? Muss ich das öfter drücken? Muss ich das spammen? Nee, das geht einfach nicht langsamer. Nee, ich dachte, das ging langsamer. Mein Gott. I wanna see the Boshi Flashbacks. Oder I wanna be the kid oder so. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich weiß, dass das so nicht intended ist. Aber ich hab's ausgetrickst. Hallo, Timothu. Oh. Oh. Ich weiß. Was ist da links was? Ist da was? Der ist gemein. Du warst... Oh nein. Tim, du kommst nie wieder da weg. Doch, Moment. Gibt's den einen Sprung? Moment. Gibt's den Sprung hier? Ja, gibt es. Okay, mit dem wär ich weggekommen. Warte, ich beweise es. Ja. Ich muss die ganzen Sprünge erst wieder... Oh nein, ich hab'n Fehler begangen. Perfekt. Äh... Äh... Oh. 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 Was ist, wenn ich hier reingehe? Oh. Oh. Oh, lol. Ach, scheiße. Oh mein Gott. Ich hab' mich so auf den Baum konzentriert, dass ich die Stacheln nicht gesehen hab'. Okay, nehm' doch die Röhre. Die wirkte einfacher. Nein! Was solltest du nicht tun? Hä, wieso... Hä? Moment. Wieso macht er den Sprung nicht mehr? Wieso rollt er dann? Ach so. Ich dachte gerade, hätte ich das mit einer Schultertaste gemacht. Hab' ich aber nicht. Wieso solltest du nicht mehr Vergangen haben? Oh, no! Ja! Ah! Wie geht das jetzt? Moment. Ich hätte dir zugetraut. Das war jetzt übrigens eine Missed Opportunity, Dennis. Wo ist hier der Ninja-Block? Oh, lol. Okay. 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 Ich habe herausgefunden, was es geht. Hey. Mies. Wo ist der Swamp, der mich zerstört? Warum sind das so lange Röhren? Ja, okay. Ich gehe ja schon rein. Es ist intended links an der Rücken. So kommt man da nicht. Jetzt müssen wir ja die andere Seite auch noch schaffen. Oh, lol. So geht's auch. Oh, lol. Speedrun. Ähm. Moment. Es reicht nicht, weil der Swamp kommen muss. Ich habe es vergessen. Äh. Oh, fuck. Da kann man gar nicht hochspringen. Ich war zu gierig. Blind. Muss ich von da oben? Von wo muss ich springen? Ah, ist das mies. Ah, der fucking. Einfach im letzten Moment springen. Uff. Pau. Pass auf. Ich werde eh kein Weltrekord hinkriegen. Das ist ja scheiße. Es dauert einfach länger, bis die Swamps eben... ...Position sind. Da bin ich. Geht zu lange, boah. Ja, nee. Schneller klingeln. Dafür bin ich oben zu verwirrt, wo die Rohre ist. Ah, easy. Nehme ich mit. So. Es tut immer gut, ein Weltrekord. Wenn du das Secret findest, holst du noch drei Sekunden. Dammit. Ich kann mir schon denken, wo das ist. Oh, nein. Oh. Wenn der ohne Scheiß, wenn der Stachelblock perfekt getimt wäre, würde noch mehr gehen. Sei doch mal gut getimt. Oh, der könnte gut sein. Zerstört halt, der Shortcut zerstört halt die komplette, den kompletten Sinn des Levels, ne? Aber hey, für den Weltrekord kann man das mal machen. Oh, zum gruseligen Spukhaus. Das ist von Loldrop. Habe ich noch nicht gespielt. Das ist von Loldrop. Ähm. Wisst ihr was? Loldrop liebt Swamps. Das ist... Uff. Ähm. Ah, der kommt hier lang. Ah. Ähm. Ah. Was habe ich gesagt? Er liebt die Dinger. Er liebt die Dinger halt echt. Äh. Falsche Richtung. Ist hier oben noch was? Aber durch den... Durch das Sprung-Tutorial von Dennis kann ich ja jetzt ganz viele coole Sprünge, die viele andere nicht können. Ja, wow. Oh, lol. Ich wollte springen. Aber er hat's nicht getan. Das war wieder so der klassische Mario. Das ist übrigens mies, einen Checkpoint so aufzustellen, dass man nach links muss. Jetzt verwirrt ein Hardcore. Ist hier was? Nein, okay. Ich muss durch die Tür. Habe ich gut getarnt, dass ich verpeilt habe, durch die Tür zu gehen, oder? So bin ich halt. Ähm. Ja. 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 Ich habe das echt in dem Tutorial von der Taube so gesagt. Nyaaau. Äh. Nyaaau. Unkart. Nyaaau. Ähm. Habe ich mal so. Äh. Achso. Oh, lol. Oder sie ein Auto hatte. Ja, aber Womps oder Swomps oder weiß ich nicht, außerhalb der Sichtweite ist Standard bei Mario Maker. Boop. Skorpin. Zwei Jahre. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und Tier 3 Sub. Auch vielen lieben Dank an dich. Dafür. Satz beenden wir gut. Auf Wiedersehen! Dad. 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 Untertitelung des ZDF, 2020